Als ich in die Schule ging, gab es, also in den späten 40er und frühen 50er Jahren, gab es in Bayern nur Konfessionsschulen. Das heißt, die Schüler wurden strikt getrennt schon nach Schulgebäuden in katholisch und evangelisch. Was anderes gab es ja gar nicht und die ganz große Ausnahme war die sogenannte Gemeinschaftsschule, an der katholische und evangelische Schüler zusammen unterrichtet wurden. Aber das Prinzip war die Bekenntnisschule und beide Kirchen waren eifersüchtig darauf bedacht, diese strikte Trennung in der staatlichen Schule aufrechtzuerhalten. Und als dann so in den frühen 50er Jahren erste Bewegungen stärker wurden hin zur Gemeinschaftsschule, haben beide Kirchen, die Eltern, motiviert auf die Straße zu gehen, um für die Erhaltung der konfessionsgetrennten Schulen zu demonstrieren. Eine absurde Vorstellung für unser heutiges Verständnis. Aber dahinter standen zweifellos nicht nur traditionalistische, sondern auch Machtinteressen der Kirchen. So sehe ich das heute. Und im Grunde war das eine fundamentalistische Denkstruktur, die da noch vorherrschend war. Dann erinnere ich mich sehr gut, dass in allen Schulen strikte Geschlechtertrennung war. Völlig undenkbar, dass Mädchen und Jungen in einer Klasse unterrichtet wurden. Die sogenannte Co-Edukation, wie das dann später hieß, die kam erst Mitte der 50er Jahre, wurde das zum Thema. Und praktisch durchgesetzt, das war es nach meiner Schulzeit. Ich habe 1960 Abitur gemacht. Und in meiner Abiturklasse gab es auch nur Jungen. Aber es gab immerhin an der Schule schon auch Mädchenklassen. Aber die waren strikt getrennt. Außer im Religionsunterricht. Da wurden die aus Mengengründen, kamen dann die drei katholischen Mädchen aus der Parallelklasse. In Nürnberg, das war schon evangelisches Hoheitsgebiet, kamen die Mädchen in unsere Klasse. Aber ansonsten haben wir die Mädchen nur auf dem Schulhof gesehen. Aber auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen wurden bei den Kindern, Jungen und Mädchen strikt getrennt. Es gab in den öffentlichen Schwimmbädern, in den Hallenbädern erinnere ich mich, gab es nur Frauenbecken und Männerbecken. Und die waren so strikt getrennt, dass es nicht mal einen Blickkontakt wechselseitig gab. Und nur einmal die Woche war in den Schwimmbädern sogenannter Familientag. Da konnten dann Familien, Mann und Frau, mit Kind ins Schwimmbad. Nicht, dass man als Mann ohne Kind etwa in das Frauenbecken konnte. Und das war völlig selbstverständlich. Also die Idee, einen gemeinsamen Turn- oder Schwimmunterricht von Jungen und Mädchen in einer deutschen Schule in den 50er und frühen 60er Jahren, war völlig undenkbar. Ich war auch sehr engagiert in der kirchlichen Jugendarbeit, etwa vom 10. Lebensjahr an. Ich bin bis zu meinem 18. Lebensjahr aktiver katholischer Pfadfinder gewesen und habe an vielen Zeltlagern, auch internationalen Pfadfinderlagern teilgenommen. Da wussten wir zwar, dass es auch Pfadfinderinnen gab, aber es gab keinerlei gemeinsame Aktivitäten. Also ein gemeinsames Zeltlager mit Mädchen, völlig undenkbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.